Vor ihnen steht Arthur Dubiel. Willkommen bei einem neuen multilingualen Projekt, in dem wir über die Zukunft nachdenken werden. Passiert diese Zukunft nicht schon jetzt? Es wird tatsächlich mehr Fragen als Antworten geben. Ich möchte zum selbstständigen Denken anregen. Ich werde mich von den Gesprächen mit meinen Podcast-Gästen inspirieren lassen, den ich leite. In unseren Treffen werde ich mich selbstständig mit ihnen treffen und auch gelegentlich Gäste haben. Und mein virtueller Zwilling, also mein Avatar, wird mir helfen. In unseren Überlegungen werden wir uns mit Fragen beschäftigen. Zukunft, Sicherheit und Entwicklung, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Metaversum, Krieg und Frieden, Prognose und Modellierung, internationale Beziehungen, nationale Sicherheit. Wie es scheint, sind die Themen sehr breit und hängen mit der zivilisatorischen Entwicklung zusammen. Wir werden einige Chancen aufzeigen, wir werden einige Risiken aufzeigen. Ich lade Sie schon jetzt ein, den Kanal zu verfolgen und auch in den sozialen Medien aktiv zu sein. Kommentieren Sie und bleiben Sie in Kontakt. Bis zum nächsten Mal.